hallo und willkommen zu einem weiteren easy platin game das spiel heißt breezy paws kostet im store 99 cent und dauert der platin ungefähr zwei minuten drei minuten wenn man das direkt beim ersten durchgang schafft wir spielen eigentlich im prinzip nur einen hund wir müssen schweine sammeln und da rennen noch hähne rum und die dürften uns nicht erwischen ich starte mal das ganze game ok die gibt es noch sehr blau wow die ist insgesamt 2.500 Euro und dann haben wir auch schon die platin So, da funktionieren die Hähne auf, die hängt jetzt leider nicht. Ja, und die Hähne, die wir folgen euch. So, relativ tief. Die großen Schweine geht natürlich bei mehr Points. So, die Welt damals noch. Die große Schweine geht natürlich bei mehr Points. So, 2.000 Holz haben wir schon, von den Kehlen auch und dann haben wir schon die Gladi. So, das ist der Wicht, ok, also man darf sich dreimal erwischen lassen, sonst kommt wieder die Körner an. Ja, wir haben es schon recht geschafft. Da haben wir 2.500 Seen. Und da haben wir auch die Platin Farmers. Jo, das war es dann auch schon mit dem Game und da würde ich sagen, hören wir uns wieder bei dem nächsten Easy Platin Game wieder. Bis dahin, tschau tschau.